die ist einfach beides ist die und deswegen dies einfach peinlich ist die wenn du wenn du die kennenlernen würdest oder kennenlernen würde dann würdet ihr wissen was ich meine also sie ist wirklich einfach das ist das peinlichste wesen was ich jetzt überhaupt irgendwas und hier sehen habt so jetzt können wir noch mal ein paar habt ihr 1.5 nein wir haben nicht 1.5 nächsten kommentar ein lob und ein abo für dich ja und für mein just wieso gibt's gibt's bettel für ein stil kein abo mein just wieso was fragst du mich hast du noch was zu essen nein wäre sehr nützlich denn ich habe weniger als die elfte leben und wie sieht es mit der eisenspitzak aus die du nehmen solltest eine eisenspitzak habe ich nicht habe ich dir zwei oder dreimal gesagt echt habe ich nicht zugehört ich will noch mal was zu essen und die spitzak ne und auf jeden fall jetzt zum nächsten kommentar du kannst auch einfach mal ein paar kommentare irgendwie gleich mal vorlesen du willst ich verstecke mich einfach mal so auf dem dach dann kann ich das auch freaks ap wie bekommt man von ein ein bild von seinem skin entweder man geht auf minecraft novaskin.novaskin.me ja da kann man da kann man ein bild von seinem skin machen so und das auch animieren oder man macht das so wie ich ich habe cinema 4d und da kann man so mit einem reg muss man mal bei youtube eingeben minecraft wick cinema 4d oder so und dann könnt ihr da so dieses diesen skin so animieren drin halt und das da machen ja so mache ich das und so macht der mein just das auch also ne ja ich bring einfach meinen kuchen mit würde ich mal sagen okay das ist zu viel dem essen war doch ich habe auch noch richtig wenig herzen er richtig wenig essen essen geht bei mir nur herzen nicht ganz so kommentare ich habe auch noch ein paar kommentare du kannst einfach auf bei sander mit sky survival oben eingeben jetzt kommt das nächste kommentar ich liebe diese map ja wir auch ne sonst würden wir sind ja nicht lp jungen was soll ich jetzt eisenspitzhacke habe ich denn eine eisenspitzhacke wo bist du eisenspitzhacke rikola na so so ich habe einfach gerade jedes kommentar vorgelesener cool ich habe geil aus dem das einzige was ich gerade das warte so wei und geil aus dem reich antwort von fliegel aufs geil zur weise fünf man kauft mehr platz players das ist aber deins wie das ist meins ich habe nicht mein kopf mit mit letztendlich ach so ja das habe ich auch nicht mehr drin stehen ich habe jetzt nur noch das sind geantwortet mit der smile ich habe nur noch den den erdte das so stehen ich schreibe es jetzt mal mein kopf schätzt zum beispiel so so habe ich alle meine dings da uns da jetzt ich habe eigentlich richtig wenig kommentare zu sky survival ich habe auch nicht viele für dafür dass es ist geist aber nicht eingehen ist einmal 1 Prozent und als nächstes kommt Prozent fünf erst wieder ja ich habe zum beispiel jetzt ach so die einse habe ich alle noch gar nicht vorgelesen ich habe 89 nachrichten dazu einmal im youtube-post eingang hier unten sind die ganzen anderen ich habe mich schon gewundert hier ist noch zwei drei vier ja also ich habe auch nicht viele zu sky survival was man echt sagen muss da könnt ihr hier die das gerade schauen auch richtig fleißiger kommentieren auch bei dem lieben meint dass der pd-abonnenten weil ja man freut sich gern über feedback auch wenn es nur geil cool oder sowas ist es freut mich auch schon ja mhm ja ja weil manche videos kriegen bei mir einfach irgendwie mehr kommentare keine ahnung geil erster und geiles video zu sky survival 10 ich würde übrigens jetzt jetzt fällt es mir wieder ein so ein thema wäre auch noch ähm wie wie findest du diese erster kommentare findest du die nervig oder gut ach mir ist es eigentlich relativ egal ich achte da nicht wirklich drauf ich ignoriere die ja wenn ich die sehe also bei mir ist es jetzt auch so äh komm mal runter hier justin moment äh so ähm bei mir ist es halt auch so warte mal ich muss mich mal eben einmal kurz strecken immer wenn er alle sich strecken ja ich bin ja übrigens noch zwei herzen ich habe ja auch richtig viel ja wo bist du denn ich bin mal auf dem Weg nach unten ach du bist auf der insel ja ich du wirst gesagt ich soll da gehen ich meinte eigentlich vom Dach ich komme ich bin spacken ey ich würde es gesagt komm mal runter wie viel essen brauchst du denn keine ahnung drei dreinhalb ja dann ich baue hier einfach den kuchen auf ich habe noch zwei herzen hier da so den kannst du ach ich bin auch voll egal bleib einfach stehen lass stehen nicht abbauen dann können wir gleich weiter fressen ähm ich gehe noch nicht runter okay doch ich gehe einfach runter scheiß drauf und auf jeden fall ähm ich kann jetzt nochmal die ersten kommentare das erste kommentar ist bei mir geil erster vom meffle LP meffle LP ist so einer der kommentiert auch sehr oft und sehr häufig und auch sehr viel ja das freut mich also ein spider auch immer ja bei fast jedem video haben wir einen kommentar von dem das ist wirklich toll so dann habe ich das zweite kommentar geil zweiter ja fast gleich wie bei meinem vorschlag um skype wäre einfach sky äh wäre einfach skyverse gewesen ja stimmt ähm mir hatte nämlich einer den vorschlag geschrieben dass ich ja mal die map skyverse äh LP'n soll und dann habe ich dem halt geschrieben dass er ähm mal warten soll was heute für ein video kommt und ähm ja weil da hatten ich und der mein Josh schon ein paar folgen hiervon aufgenommen ah 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 hallo geh doch mal weg davor geh weg du hast doch eine spitzacke ja da kam auf einmal so ganz viele äh ich bin nicht runtergefallen nein hinter die achso ok du bist runtergefallen da kam nämlich ein creeper der grad hochgegangen ist oh ha 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 ich komm mal eh ich komm mal rauf ne lass mich in Ruhe oh hinter mir ist auch irgendwas hochgegangen hier explodiert gerade alles oh fuck oh fuck es ist nacht es ist nacht oh fuck oh fuck oh fuck creeper hast du es nicht weg gemacht? nein hui hä ich dachte du bist gefallen ja bin ich auch ich hab mich grad hochgebaut achso ich dachte mir ist das so weit gefallen nein ich konnte mich grad noch retten ich komme ich rette dich äh fast ich rette dich meine Sachen liegen da noch ich geh mal ganz schnell schlafen aber ganz ganz schnell WTF so dann kommt dein sofort w Alter sind hier viele äh oa ich hab dein jetzt einmal ich bin einmal am penn 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 schnell hörst du hin warte ich komm äh grr ape 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 ne und auf jeden fall ähm nächstes thema Wo haben wir denn hier den nächsten Kommentar? Like, hammergeiles neues Projekt. Ja, finde ich auch. Ich finde das auch geil. Ja, ich auch. Monster. Oh Gott. Zombie. Zombie. Hallo Zombie. Zum Glück habe ich einen Bogen mitgenommen. Ich kille hier gerade alle aus der Entfernung. Hast du mal wieder einen Schreibtisch kaputt gemacht? Nein. Wie hast du das geschafft? Hä, ich habe den nicht kaputt gemacht. Ja, aber bist du auch runtergefallen. Ach so, ja, Skelett. Hat mich runtergeschubst. Also ein Zombie und ein Skelett haben mich beide gleichzeitig abgeschossen. Klar, immer sind die anderen schuld, ey. Ja, guck da mal eine Aufnahme. Fick dich. Nur, ich fick mich nicht. Scheiß Skelett, meine Fresse, ey. Das kann doch nicht er. Hast du wieder runtergefallen? Nee, weißt du. Fick dich, Screeper. Fick dich, Screeper. Ja, Screeper, fick dich, Screeper. Screeper, der hat gesagt, fick dich, Screeper. Ich war Screeper, fick dich. Screeper, du scheiß Homo. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Stimmt schon, stimmt schon. Screeper, du bist echt ein Homo. Wow. Oh, bumm. Wow. Ich lebe. Ich komme dann gleich mal. Ich lebe und ich habe eine Schallplatte. Oh, das ist gut. Ich komme dann jetzt gleich mal, nachdem ich da unten 5.000... Ich habe da unten übrigens 1.500... Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, ah, in das Popo. Ich habe ein Dingstar angeguckt. Enderman, du solltest schnell kommen. Hier kann ich mich nicht erwischen. So, Zubi. Das greift mich an. Nicht anklopfen. Aus, bleib draußen. Komm, schnell. Ja, ich muss mal eben kurz Zombie aussperren. Mit Schwert. Das war ganz böse. Wo bist du denn? Wo bist du denn reingegangen? Wo sind wir denn da reingegangen? Das sind da die Sachen. Die ganze Kohle und alles. Ja, ich weiß. Ich habe ein paar Kohle abgebaut da. Ein paar, paar, paar Kohle. Hier auch noch ein Setzling? Hier? Äh, helfen wir. Es könnte sein, dass gleich ein Enderman hier steht. Ich sehe es gerade. Gib mir mal mein Schwert. Hä? Ich habe kein Schwert aufgenommen. Echt nicht? Achso, ich habe gedacht, ich hätte eins dabei gehabt. Hui. Was ist nun Enderman? Ach, da. Sei masch. Zwei Enderman noch. Oh, hallo. Hallo, Freunde. Bist du da gerade einfach mal durchgerannt? Ja, ich gucke ja die ganze Zeit nach unten. Ah, ich habe eine Eisenspitzhacke. Ich hänge da. Hallo, Freunde. Hier ist ein Diamant. Diamant. Ich habe die Eisenspitzhacke gerade gefunden. Das passt jetzt irgendwie. Ich bin da einfach durchgegangen. Hallo, Freunde. Aua, ich habe den Enderman aus Versehen gehauen. Oh, das war dumm. Aber das Geil ist, ich bin hier an so ein Loch, ne? Ja. Das war dumm. Und genau da, wo wir... Und genau da, wo wir, ähm... Der ist tot. Ach, warte, äh, Eisenspitzhacke. Alter, Aua, ich höre wieder diesen Sound. Äh, grrr. Und genau in dem Moment, wo Justin irgendwas über Screeper sagt, schreibt er mich erstmal bei Skype an. Screeper? Ja, aber nichts, äh, weltbewegendes. Ich habe schon wieder zehn neue Tweets. Ich, äh, poste nochmal einmal das. Oder? Ne, ich poste das nicht nochmal. Habe ich jetzt keinen Bock drauf? Hallo, Justin! Eisen. Da hinten ist... Boah, bin ich müde, ey. Aber wir müssen noch ein bisschen weiter aufnehmen, würde ich mal sagen, ne? Wie lange haben wir jetzt gerade? Oh, das sieht ja mich gerade nicht auf. Fast eine Stunde. Ähm, obwohl vier Folgen wären das ja dann schon. Keine Ahnung, wir können ja noch ein bisschen aufnehmen. Könnten wir. Getheoretisch. Getheoretisch? Getheoretisch. Habe ich hier noch irgendwo was zu trinken stehen, meine Jütte? Nochmal. Da, in meinem Bett steht was zu trinken. Ich bin gleich wieder da. Immer wieder ins Bett. Ja, ich gehe auch immer ins Bett, gemein. Just LP, Junge. Hä, was ist mit dir? Das Komische ist, wenn eine Frau bei ihm ist, sagt er das nie. So, ich bin gleich wieder da, Junge. Ah, so. Immer willst du ins Bett? Nur wenn eine Frau da ist, dann sagst du das nie. So, was hast du gesagt? Du willst immer ins Bett? Nur wenn eine Frau bei dir ist, dann sagst du das nie. Halt die Fresse? Ja. Ist das so? Oh, Mann. Ähm, ja. Genau. So. Ja, genau. Finde ich auch. Ah. Ich meinte eigentlich das, was ich gerade im Chat geschrieben habe. Weiß ich nicht. Hier in Minecraft hast du nichts geschrieben. Ja. Nee. 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 Äh, so. Gut. Kohle habe ich. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier raus? Da, Steiner. Das war so klar. Was? Dass du diese Geräusche machst. Lol. Boah, ich wäre fast runtergefallen.